So, wir sind wieder da und gehen in die Traumwelt. Oh ja. Gerade nochmal reich. Was? Warum geht der von alleine? Luke? Hä? Äh, zeig mal. Äh, Controller mal konfigurieren, oder was? Okay. Nehmen wir mal den. Oh, ich schaffe ihn nicht. Ja, weil... Das kam in der Sohn. Kommt voran, ne? Okay. So. Rinne. Was ist wieder da drinnen? Hast du gesehen, was da war? Da waren Beine. Wo? Hier, da waren Beine. Ich drück erstmal den da. Ah. Ich drückst du zu Ende. Wie nennen wir ihn? Kommen wir doch mal mit. Ah. Oh. Oh. Ja, lass ihn erst rauskommen. Ja, ja. Ah, hm. Ah, Traumfäde, Mann. Ah, Mann. Ah, ah. Wann doch? Guck doch erstmal durch, was da alles ist. Überall... ...sachen rum. Ähm... Zu spät. Weißt du, was das ist? Ne. So, schleichen. So. Oh no. So. 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 weiter runter kannst du nichts oder was also die 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 Oh. Oh man. Eh. Die ersten 2. So. Ich muss die alle anklicken. Ach so. Oh. Ich wäre da. Oh. Aber sie. Das ist nichts Gutes. Ich habe die Schraube. Ich habe die Schraube. Lorenzen Sie. Oh. Ich rufe da mal an die Schraube. Ich rufe da mal an die Schraube. Ah! Ganz toll! Ganz toll! Ah! Hast du einen Plan, was du da machst? Soll ich das machen? Warum? Ja, ich weiß, was ich da... Ja, was denn? Wo soll ich hier drehen? Drehen hier? Drehen. Soll ich das machen? Ja, was denn? Hm? Die andere Seite. Hier. Hier. Drehen mal. Nochmal. Da hinten kommen wir absolut... So wie es aussieht gar nicht brauche an. Also oft musst du das andere Seite machen. Rechts. Jetzt schieb das mal da rüber, die Schraube. Jetzt drehen mal. Nochmal. 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 Soll die wieder raus. Drehen nochmal. 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 Hier, wir kriegen die da... Ah! Da oben! Wer da oben? Also rechts rüber müssen wir mit der Schraube. Ah, klar. Hallo. Na ja, drehen wir zurück. Jetzt rechts rüber holen. Die Schraube. Jetzt. Ja. Da aufdrehen. Was ist? Ist das? So. Dann drüber. Da drüber. Da drüber. Da drüber drüber. Da drüber drüber. Nein. Ja, weiß ich. Der hat ab... So. Ziemlich viel Räte hier. Das ist das. Nix. Na, prima. Den Kompass müssen wir wollen das dann nutzen. Und den Schlüssel. Was ist das? Ach, wo das gerade ist. Gucken wir mal, wer hier... Was ist? Was kannst du machen? Ey, guck mal, mein Schatten. Oha. Warum sieht ich aus wie Mr. Bodybuilder 2000? Geil, hallo. Hä? Oder vielleicht bist du ein Alien? Komisch. Ja. Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Ein Schlüssel. Ach du je. Wie ist das? 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 Bei mir! Was ist der Pelle? Das hier ist für den Schlüssel zu biegen. Oh. Warum müssen wir trompeten? Wunderbar. Wunderbar. Na komm schon. Was machst du? Ich weiß es nicht. Ich gucke ein bisschen rum. Deswegen hat der Schlüssel auch vorne nicht gepasst. Oh mein Gott, der muss ja da drinnen bleiben. Ich mach mal Licht an. Kein Schum. Mach mal Kompass an. Oh. Ah, es werde Licht. Schicke Sache. Okay. Was ist noch dabei? Oh. So. So. Oh. So. 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 Auch nicht. Es geht nur oben. Mhm. es muss über die decke laufen über die decke ja dann muss aber doch zum ende hierhin so eigentlich aber was bringt mir das wenn ich das dahin mache wenn ich den raum hier nicht bewegen kann verstehe ich nicht das ist nur diese eine hier so der geht dahin jetzt fehlt einer da oben diese richtig genau da geht es nach unten und darüber so oder er so so und hä aber was soll denn das so nein so ja hoi bei alter was ist das für ein tüten mann mono 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 so was mache ich jetzt mit dem schlüssel ok links rechts ein links rechts schlüssel brauche ich links schläger links rechts 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 dann basteln wir müssen schon wieder hier was man denn er wie war das jetzt so 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 wo war das jetzt mit dem schlüssel noch gleich hier so hoch ja ich sehe es da oben wie komme ich da oben weiter denn hier komme ich nicht so damit macht sich auch nichts oh da aber so du musst das so an der decke drehen und da musst du weiter nach hinten und du musst dich an die decke klammern an die decke klammern wie soll ich mich an die decke klammern ach ja jetzt kann ich da rein hinter das und oh du bist hier einfach mal ein bein so mitten im nichts jetzt habe ich zwei beine ja geil was mache ich jetzt mit den zwei beinen ich fache mal meinen schlüssel wieder ein man weiß ja nie wofür der später noch gut ist deswegen nehmen wir uns den wieder mit und prüfen dann das muss ich machen okay hier muss ich nichts machen und tschüss so dann müssen wir hier müssen wir müssen wir geht es denn jetzt überhaupt weiter das haben wir schon benutzt hallo das waren auch die beine am anfang eine sache eine sache oh Hilfe nein was passiert hier ooooh feier gar nicht gut gar nicht gut hallo oh 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 wow oh oh kapitel kapitel 7 freigeschaltet diesmal wachen wir nicht mehr in unserem haus auf und können uns nicht schlafen legen hmm was wird passieren aber das was jetzt passiert erfahren wir erst im nächsten video tschüss hier das was